Ich habe dieses Hotel besichtigt und als empfehlenswert gefunden. Es ist ein ruhig gelegenes Hotel und die Gäste sind sehr zufrieden. Hier wird etwas Schönes versteckt. Der Eingang, die Lobby. Die Bar und der Aufenthaltsraum. Aber auch der Raum für Veranstaltungen im Hotel für die Urlaubsgäste. Der Speiseraum. Die Orientierung auch gleich zum SIDO Premium. Welches wir nicht empfehlen. Die Sauna hat eine ausreichende Größe. Hier der Hammann. Der Fitnessraum mit modernen Geräten. Der Innenpol ist beheizt und hat eine ausreichende Größe. Der Ruheraum. Ein Massageraum, den man mieten kann. Ein schönes Hotelcafé. Dieses ist ein Zimmer mit seitlichem Meerblick. Das Bad mit ebenerdiger Dusche. Blick vom Balkon eines Zimmer mit seitlichem Meerblick. Der Blick auf Camellia World. Die Außenpoolanlage. Die Außenpoolanlage. Joausいいhmm. Die Außenpoolanlage. Die Außenpool Minter. Die Außenpoolanlage. Und hier ist das schöne freigelegt. Einmalig am Strand die abschließbaren Boxen für Wertsachen. So schön kann am Abend ein Sonnenuntergang sein. Und damit geht wieder einmal ein schöner Urlaubstag zu Ende. Allerdings sollte man dann noch am Abend die Veranstaltungen des Hotels nutzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017